Oh, klippt das Chat! Das war ja viel zu krank. Jetzt bitte verkack's nicht. JJ verkack's nicht. Ja! Ja! Ein Goliath-Käfer! Ja, ich hab es! Ja, eine Stunde rumrennen am Strand! Ja! Ja! Ein Goliath-Käfer, war immer noch relativ klein. Ja! Verdammt! Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben's geschafft! Ja! Endlich! Mein Gott! Level 2 abgeschlossen, Leute! Fuck yeah! Mein Gott! Danke, dass ihr an den Communities zu uns spendet! Mein Gott, Leute! Das war krass! Das war echt... Ähm, nee, das ist was anderes! Das ist was anderes! Das ist was anderes! G... Guillotine! Der denkt, das ist ein Instrument, Alter! Der denkt, Guillotine ist ein Instrument! Der denkt, Guillotine ist ein Instrument! Okay, ich hab noch ein Leben. Ich hab noch ein Leben, Chat. Ich hab noch ein Leben. Das ist cool. Qi-Kai-IIänder ist ein Instrument. Das ist ein Haare! Wie bin das denn, wir können reden? Bitte! 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 Das ist doch gut! Wend, wend, wend! Bill hat sich zurückgezogen, wenn Bush vielleicht! Woaria! Ich liebe diesen Scotty! Ich liebe diesen Scotty, der ist der geilste! Base clear! Ah, rotiert! Lieber CT, ich guck die Mitte rein! Einer steht Mitte, läuft jetzt CT! Vorsicht, Jungs! Komm! Was? Schieß doch! Du bist allein! Allein! Eins gegen drei, da kommt die Diener Schellen! Dicke, du bist... Scotty, du bist der Geizte! Du bist der Geizte, du bist der Geizte, Alter! Wut, tschüss! Schön, Jettel! Er freut sich, wenn ich einen Kill mache, Leute, es ist schon so schlimm geworden! Es ist so schlimm, es ist so schlimm! Das hätt ich versuchen können! Es steht 15,9! Wann ist es so schlimm geworden? Seit wann läuft denn das alles so schief?! Jetzt hat Mundschutz auf die Augen eingelöst! Oh, ey, ich bin schon wieder, Alter! Du musst mich jetzt leiten, was ist denn bewusst? Ich wollte auch aufsetzen! Nee, du musst das nicht machen! Also, Leipziger, falls du dich jetzt wunderst, was das ist, hier gibt es Kanalfunkte, die man einlösen kann für Rewards. Und einer davon ist Mundschutz auf die Augen für drei Minuten. 12337, by the way! Warte, drei Minuten, äh, 20.10, okay. Ich muss ein bisschen rummachen, das funktioniert ja gar nicht. Okay, Jett! Okay, ja, 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 die Hand, Junge, das geht über Voice Command! Siri, bitte geradeaus! Siri, bitte weiter geradeaus! Siri, bitte weiter geradeaus! Ja, Digga, ich warne dich! Alles easy! Guck mal, Chat steht voll hinter dir! Wissen wir, das waren die Dimmsten! Ja, ja, einfach, einfach, einfach! Digga, komm, mach mal die Angst weg, du hast freie Bahn! Wie viele Leute das jetzt einlösen werden dann? So, jetzt einmal rechts, ein bisschen rechts einschlagen! Oh, ja, ja, da war fast ein Auto! Das ist hellig natürlich, ne? Ja, ja, ja. Das war echt Bullshit, Alter! Die Milch ist alle! Ich sag's! Ich sag's meiner Freundin gleich! Ich sag's ihr gleich, okay? Jo! Äh, die Milch ist alle, also kauft bitte neue und ich hab die Chili auch gegessen! Die wir eigentlich zum Kochen wollten! Tut mir leid! Aber, ja, kauft bitte neue, ich geb dir auch das Geld wieder! Chat, ich bin im Arsch! Durch die Smog! Er ist noch nicht durch! Jetzt! Komm zu dir! Was? Er hat uns weiter? Ich hab ihm 62 gegeben! Ich geb ihm sogar 80! Ich geb ihm... 80! 80! 80! Das kann nicht...